Ich habe eine sehr spezielle Geschichte, die Geschichte für dich. Der once war ein Mann, der großartige Vater von Narkis. Sie haben meine O-Kurs-Wache in eine Tastel verwandelt. Bei Horek spielt eigentlich mein biografisches Leben wie so Avatar von mir. Jetzt habe ich alle Dokumente für die Namensänderung. Narkis ist mein Vorname, Shahid Kalbol ist Nachname. Ich will das Wort Shahid raushaben. Dieser Albtraum, dieser Mertura, dieser Shahid, er erfolgt mich. Seine Kumpel auch. Das war's. Untertitelung des ZDF für funk, 2017